Ich zieh ins Big Brother-Haus, Freunde! Wow! Ne, muss ich ehrlich sagen, also ich nominiere Fritz. Gebt mal auf den Sack! Wir haben irgendwie, finden wir nicht die... Hallo, Knossi! Hallo, Big Brother! Felicitat! Hat sie dann auch in diesem... Wirklich, immer Schuhe abputzen, wir haben schon das Schlafzimmer versaut. Entschuldigung, Entschuldigung! Sag mal, muff das hier so! Ey, wir müssen doch irgendwas zum Putzen! Big Brother, wir wollen's sauber machen direkt! Jetzt mit Socken aber, ja... Wir kriegen ja, er hat's ja zur Kenntnis genommen, sauber machen. Was ist mein Kopf? Ich komme mir vor, wenn's mein eigenes Haus ist, wie das hier aussieht. Weil jeder, wenn's die alle rein, überall Blätter... Ich will mal Probe liegen! Ja, geh mal! Oh la la, Schradin, du warst super! Dankeschön! Oh la la, Schradin, wunderbar! Mann! Das kommt davon, dass man nichts mehr hat! Jahrgeond! Bei Tobi! Hat jemand schon was aufgeregt? Nuh! Oh, oh, oh. Ich hab doch sogar das M! Ja, ey! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, no, wie! M! Ne, genau! Oh, das M, den N! Oh mein Gott, okay. Oh mein Gott. Ja, geht aber schon. Schatz, bist du da drin oder was? Alter. Okay, wir machen auf. Dann guck mal nach, du packst jetzt schön aus, Knossi. Oh, warte mal. Ich gebe mir das Papier und so. Das fällt schon aus. Oh, danke, warum so spät? Ja, weil es sich aufregt. Hallo. Hallo. Und, wie sage ich aus dem Geschenk? Super. Warten wir ab, weil wir bei dem Lagerfeuer sitzen, ey. Weil Lola Viper hat. Temptation? Bei Temptation Island VIP, Schatz. Tickst du noch nicht richtig? Tickst du nämlich am Lagerfeuer, keine Bilder von mir zu sehen. Ich vermiss dich wie die Hölle, jeder Tag ist eine Qual. Ob nun Goethe oder Goethe, das ist mir doch scheißegal. Ich zählt mich am Boden, alles blass und grau, bin schon lange nicht geflogen, wie ein Astronaut. Guckt doch mal, ob ihr reinpasst. Hey, okay, wir gucken mal. Er macht Schuhe aus, oder? Ja, natürlich Schuhe aus, Schatz. Erschreckst du nicht mehr, wenn er redet? Nö, das geht manchmal. Manchmal ist in manchen Räumen lauter und manchmal ist er leiser. Okay. Warte mal, Adam liegt hier, da muss ich die Mauer bilden, gell? Du musst die Mauer bilden. Gut, okay. Bei Auseinanderschieben geht nicht, oder? Jetzt ist mein Handy noch in die Ritze gefallen. Jetzt ist... Das geht, Schatzi, guck mal. Das geht. Oh, das geht super. Mensch, du hast dir wirklich eine sehr weiche Matratze rausgebracht. Ja, die wollte ich auch haben. Warte, noch umdrehen? Finde ich super, die weiche. So? Und nochmal Löffelchen testen. Ja, genau. Das ist das. So. Oh, super. Ja, Schatzi, aber das ist wieder der Moment, wo du mir die Arme brichst. Irgendwann, wo der Arm taub wird. Ciao, Knossi. Ciao, Big Brother. Ciao, ciao, ciao. Es war so geil, ehrlich. Ciao, ciao.